Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in den ETS 2 E-Multiplayer zusammen mit dem Mechmanus. Hallo. So. Alter. Was? Ich habe hier eine Mücke, die habe ich schon zweimal gestochen, das scheiß Vieh. Und die sitzt unter meinem Tisch und ich merke immer, wie die auf meinem Bein landet. Und ich sitze hier in kurzer Hose. Ach so, eine Mücke? Ja, weißt du, warum die immer wieder auf deinem Bein landet? Weil ich so süßes Blut habe. Die ist auch energy süchtig. Die will das Monsterblut. Komm schon, ich habe heute zum Samstag meine erste Dose diese Woche getrunken. Das klappt dir doch kein Schwein, Alter. Das ist aber so. Das klappt dir keine Sau. Dann leck mich am Arsch. Ohne Mist. Das klappt dir keiner. Das ist aber so. Hast du noch was drinne gelassen für mich? In der Tanke? Oder ist alle? Alle. Wusstest du eigentlich, dass wir uns in der einen Folge entgegengekommen sind? Auf der Autobahn. Null. 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 Ja, das hat... Ja, ja. Wir sind aneinander vorbeigefahren. Und ich musste erst mal gucken, ob das stimmt. Und dann sehe ich da wirklich Panos. Das ist politisch. Irgendwie ist krass eigentlich, ne? Und keiner von uns checkt das. Was? Ja, ja. Was denn? Alles zum Roleplay. Naja, aber ist natürlich passiert. Natürlich. Super gut, dass der Zuschauer das geschrieben hat und mit gesehen hat. Das sind aktive... Zuschauer. Ja, genau. Die sehen alles. Irgendwie... Einer Spiegel hier. Da ist die Aufmerksamkeitsspanne nämlich sehr, sehr hoch. Oh, weißt du, was ich mir heute gekauft habe, Alter? Ich habe mir heute einen wunderschönen TFT-Bildschirmreiniger geholt, Junge. Bildschirmreiniger. Ich habe jetzt gedacht, du hast ja einen voll krassen TFT, 144 Hertz, 27 Zoll, alles was geht, gegönnt. Aber es war nur der Reiniger, sagst du? Ja, war nur der Reiniger. Mehr war in meinem Portemonnaie nicht drin. Wenn ich mit so einem Bildschirm, wenn ich mit so einem Fernseher nach Hause komme, würde meine Freundin sagen, bist du behindert? Ich musste kämpfen, dass wir so ein Smart-TV kriegen, Alter. Okay. Brauchen wir denn so einen Schnickschnack? Du brauchst, du musst mal überlegen, wenn du krank bist und so und willst ein YouTube-Video schauen und so, dann kannst du das direkt aufs Fernsehen. Wenn du also gerade, oh, also wenn du die 3,50 Meter zum PC nicht mehr schaffst, dann kannst du ja, ja, alles klar. Und ich mache eine Wette, du schaffst du 3,50 Meter auch nicht, wenn du nicht krank bist. Aber es ist ja richtig, dafür kauft man es, um es zu nutzen, ne? Ja, ja, genau. Halleluja. Außen. Sag ich dir doch. Kennst du den Eimer-Grill? 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 Eimer-Grill haben wir heute neu in die Firma gekriegt, habe ich mir direkt mal einen zur Seite gegönnt. Eimer oder Einmal? Eimer, also ein Grill. Eimer, da wo man auch Wasser reinmachen kann. Ja, genau. Ja. Boah, geil, Alter. Ne, aber kenne ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ne, poste ich mal ein Bild bei Instagram, kannst du mal anschauen. Ich habe mir das Ding gekauft und ich war total stolz auf das Ding. Und meine Freundin, ich sage so, guck mal, habe ich gekauft. Und das Einzige, was die zu mir sagt, ich gebe dir auf der Arbeit, nehme ich dir die Karte weg. Das ist einfach so, ne. Ich finde das unhöflich. Da kann man doch sagen so, toll Schatz, hast du toll gemacht. Jetzt haben wir einen Eimer-Grill. Oh nein. Einfach cool. Ja, cool. Freut mich, dass ich oben bin. So, wie viele Kilometer hast du eigentlich noch? 1451. Was? Ich muss noch einmal über See fahren, alles gut. Ach so, alles klar. Also 800 Kilometer Seeweg, hoffe ich. Hoffe ich auch, ey. Wird dir sogar angezeigt. Wo? Ähm, wenn du die Fracht annimmst. Also, keine Ahnung. Ja. Wo ich die Fracht angenommen habe, stand da nur 1056 Kilometer. Da hab ich gedacht, gut. Da steht aber auch immer da, wie viel da von Seeweg ist. Ja, jetzt gerade nicht. Alter, geht das hier so krass bergauf, oder was? Ey, das ist ja der Heat. Ist nicht hoch, oder was? Naja, ich fahr grad bergauf. 34 Stunden, ein bisschen ungeil. So. Könnte nix werden. Mal, mal, mal ein bisschen bremsen, ey. Alter, mal ein bisschen. Alter, quält er sich ja einen weg, ey. Ich fahr hier gerade die übelsten Serpentinen. Was fährst du? Die übelsten Serpentinen. Was ist das denn schon wieder? Ja, was? Was das ist? Ist ja ein Kurven links, rechts, links, rechts. So. Serpentinen? Kennst du den nicht? Ey, wusste ich nicht, dass man das so nennt. Ich nenne das Kurve links, Kurve rechts. Ah, alles klar. Oder S-Kurve. Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss, schuss. Leid. Bei Hauptschule, wir kennen solche super Wörter nicht. Hat er nicht gesagt. Ja. Was hast du gesagt gerade? Hast du gesagt, Hauptschule kenn ich's nicht? Ja. Oh. Da da. Ich tanke jetzt erstmal. Ich kaufe Diesel. Ja. 1,35 Euro. Ein bisschen Spaß. Neuer für Diesel. 536 Liter. 724 Euro geblecht, Alter. Leck mich am Arsch. Wir wurden auch 8 Hunde hier reingelassen. So. In meinem LKW bin ich der Chef. Yeah. Und ich bin... Das ist, weil die Olle... Der Chef. Was? Ja, hier sind Mücken drin. Das ist, weil die Olle immer das Fenster aufhaben will, ey. Zeit für ne neue. Geh das zum Robley? Ne. Welche alte? Welche Olle? Meine Freundin. Ah, oh. Alles klar. Ja, äh, musst du die Liste ausmachen, nicht? Ja, dann sieht man in der Webcam nichts mehr. Ach so, ja. Ich muss, glaube ich, die Freunde immer austauschen. Eine neue, muss ja. Oh, lol. Eine, die noch hört. Hast du scheiße erzogen, ey. Von Anfang an, Mann. Das weiß ich dir, ja. Ich hab irgendwann habe ich... Am Anfang war das nicht so. Irgendwann kam das. Ach, du Scheiße. Warum? Hier vorne sind so viele Serpentinen, Alter. Das wird jetzt richtig ekelhaft. Ich hoffe, es geht nicht bergauf. Ey, wenn das jetzt auch bergauf geht, bin ich so am Arsch. Ey, ohne Mist. Du brauchst drei Folgen, bis ich da oben bin. Na ja, klar. Es geht bergauf. Appetit, ne? Oh, Mann. Dann aber mit richtig Schmackes. Nee, richtig Schmackes ist auch kacke. Leile Kurve. Oh, lass mal ganz dezent rein. Oh, die macht zu, ey. Ganz fiese. Oh, es geht gar nicht bergauf. Jetzt wieder bergab. Da auch spannend. Da auch spannend hier. Ich hab's hier ziemlich ruhig. Hier fährt keiner. Nööööö. Bei mir auch nicht. Also bei mir ist ja voll tote Hose. Vorne mal einen gegrüßt, aber grüßt auch keiner mehr zurück hier. Ist ja sinnlos, ne? Das Spiel ist ja absolut nicht mehr, was es war. Warum? Früher, da haben die LKW sich gegrüßt. Da hast du mal die Schuhe gegeben. Da hast du mal eine Hupe gemacht und alles. Weißt du? Heute. Kannst du vergessen. Und keiner mehr. Keiner mehr. Alle machen alle den eigenen Stiefel. Du könntest ja die Fracht wegnehmen. Weißt du? Wieder nur noch auf sich selbst. Ganz schlimm geworden in der Firma hier. Ach ja. Oh, da kommt wieder einer. Nee. Ach. Warte mal eins, zwei, drei, drei. drei blaue, drei blaue Punkte. Und, äh, drei blaue Punkte und 17? Oh, oh. Nicht gut. Muss, äh, langsam machen. Wenn du jetzt noch einmal das Herpetin sagst, ne? Ja. Riecht dir den Arsch. Warum? Keine Ahnung. Au, da habe ich einen Lackkratzer gemacht. Bei dem einen. Aber auch wirklich nur einen Lackkratzer. Oh, oh. Oh. Fass die wandern. Alter, engere Kurve. Oh, ey, ich kann nicht. Ausländisch kann ich gar nicht fahren. Bei solchen engen Serpentin. Alter, deine Schnauze, ey. So. Ja. Oh, alter. So, ähm. schaden prozent ein prozent nach 500 kilometer was was denn wie was was nur 500 kilometer scheiße aber langsamer gehen noch ein paar städte gucken oder so weiß ja gar nicht wie weit du mit der fähre hier um du bist dann muss ich auch noch nicht gerade wo hier doch was so ja ich habe ja die trinkflasche im lkw gesucht ich verschwärts nö wer was ich verschwärts ich nicht ich finde mein truck sieht richtig nice aus ja ich finde schön aus hier mit meinem adler drauf oder was auch immer das ist das ist eine habe ich nein diese löwe mit flügel komm sag mal schnell greif greif hier los baustelle hier sind männchen die bewegen sich ja da wenn ich pass auf mein sohn schule er kommt nach hause ich habe hausaufgaben auf ich gucke ihn an für so mit sich ne und dann sagt er ja mal hier kannst du mir dabei helfen gesagt hat ich nie ja klar geht mal her was hast du denn da wir müssen den lücken text ausfüllen aber mit landwirtschaft mit dem bauern und so ja ausgefüllte scheiße abgegeben und die hälfte nicht gewusst ja was denn ja wenn ihr den lücken text ausgefüllt hat wie der 17 spielst na dann das war so heutzutage benutzen die bauern einen dann kam dieser strich dann kommt da kam der mähdrescher rein der direkt das korn vom stengel trend und so ein scheiß alles ist ja ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau weiß was ich meine der das korn vom das korn direkt vom was weiß ich löse ja aussortiert der mähdrescher sortiert also aus als paul du weißt was ich weiß kleines korn vom stengel direkt also vom stengel direkt die klappe was denn haben lange keine serpentinen ja was denn warum aber was hast du denn gegen das wort keine ahnung das hört sich so an als wenn das wort nicht existieren sollte ja so serpetin wird sich an wie eine droge oder so lagen fort was 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 lagen fort am würthersee junge ich bin gerade in klagen fort am wird am würthersee was auch schon mal ich habe ich brauche nur noch 600 kilometer dann habe ich meinen auftrag fertig ja da schaffe ich nicht zwei folgen locker klagen fort am würthersee weil man die garage ist gelb wenn du die hast ne grün wie sind es die ist grün wenn du sie hast scheiße hallo sag mal schnell ja grün wenn du die hast ist die grün 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 wenn du die hast du sie grün ja siten Weil die grün grün weiß da dann habe ich sie die grün 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 grünen grünen grönen gr gouvernement 370 Kilometer habe ich noch, ey. Werde dich so wegpimmeln. Aber das Ganze in der nächsten Folge, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ja. Und Füsi moderiert ab. Genau. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, hat der Manus ja schon schön gesagt. Schaut bei Manus vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, schaut bei Füsi vorbei, ist besser. Tschüss.